Du magst es flauschig im Bad? Dann bleib dran, am Ende des Videos haben wir genau das Richtige für dich. Montreux hat uns ein großes Kuschelset geschickt, besteht aus zwei Duschhandtüchern und vier mittelgroßen Handtüchern. Wie ihr sehen könnt, in einer total geilen Farbe, mal ein bisschen was anderes im Bad. Die Farbe nennt sich V, die wir ausgesucht haben. Es gibt dann noch ein hellgrau und ein dunkelgrau, sowie ein Mixset aus dem hellgrauen und dunkelgrauen. Was mir sehr gut am Handtuch gefällt, ist die Verarbeitungsqualität. Man hat am Saum den speziellen W-Bord, das sieht sehr edel aus. Die Nähte am Rand sind alle sehr eng gesetzt und sehr straff und das wirkt einfach schon sehr stabil. In der Mitte von der langen Seite habt ihr dann die Aufhängung. Die ist ebenfalls extrem stabil angenäht, da muss man sich keine Sorgen machen, wie bei vielen anderen Handtüchern. Wie gesagt, in der Mitte von der langen Seite ist ein bisschen ungewohnt. Ist allerdings eher eine optische Geschichte, hat den Vorteil, die Handtücher hängen nicht so weit runter. Und auch dadurch hängen nicht auf dem Boden auf. Im Paket enthalten ist auch ein kleiner Pflegehinweis, war mir unbekannt, man soll die erstmal kalt durchwaschen. Einfach damit die Fusseln rausgehen und gleichzeitig geht noch ein bisschen der Farbstoff verloren. Allerdings haben wir weder groß Fusseln bemerkt, noch Verfärbung. Also einfach schon mal eine gute Qualität, die auch eine Weile halten sollte. Selbiges haben wir auch beim Waschen in der Waschmaschine festgestellt. Kleiner Wärmungstropfen für diejenigen unter euch, die einen Trockner haben. Bei den Handtüchern könnt ihr das vergessen. Die sind nicht trockener geeignet, obwohl ich schon bei manchen Leuten gelesen habe, dass sie es gemacht haben und dass auch nichts passiert ist. Die Handtücher kommen in einer sehr schönen Schachtel daher und sind auch in dieser schön aufgerollt. Das sieht schon gut aus und dadurch kann man die auch gut verschenken. Und das Tolle dabei ist, Montreux gibt uns noch ein zweites Set und zwar können wir das an euch verschicken. Und dazu gibt es ein Gewinnspiel. Gleich den QR-Code einscannen, dann könnt ihr euch bewerben. Wir drücken euch die Daumen. Ahoi!